es nicht ist nicht euer ernst nein ich habe nicht an der seite durch das sieht so aus leider leider nicht ich kann ja nicht weg und schade ob ich denn da hin wo kommen wir denn da hin hier was okay das verstehe ich nicht ist nicht euer ernst ich glaube einfach manche sachen nicht wer soll denn darauf kommen hier ja sicher jetzt darf ich hier zurück die fallen nicht runter das finde ich eigentlich gut aber ich wofür habe ich jetzt die kiste gebraucht hier komme ich jetzt hin das ist aber eine fiese aktion jetzt gewesen schon fies dass das einen so weit weg haut und schon wieder in diesem raum hier schon wieder in diesem raum wo 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 der wo 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 wie weit wie kann dass als so weit sein. Wahnsinn. Boah, das ist... Da muss ich jetzt aufpassen. Da darf ich keinen Fehler mehr machen. Okay, das müssen wir noch einmal machen. Ja, okay. Wenn man es weiß, ist ja auch okay. Aber man muss es wissen. Wir sind auch schnell manchmal. Hallo? Habt ihr mal einen Schalter oder so? Sie übfen selber drauf. Sehr schön. Das habt ihr gut gemacht. Okay. Ich speichere hier nochmal. Muss ich jetzt wirklich da hoch? Ich meine, ich muss natürlich da hoch. Aber wo ging es hier nochmal lang? Achso, man darf einfach nicht da unten... Darunter bin ich gefallen, ne? Genau. Ja gut, hier gibt es nicht viele andere Alternativen, außer diese goldene Statue zu finden. Was echt nicht Diamybel wert ist. Überhaupt nicht. Und dann muss ich da rüber. Boah, das wird jetzt eine Aktion. Das wird eine Aktion. Das ist nicht easy. Kann man einfach drüber laufen? Oder kann man die anhalten? Anhalten kann man die. Kann ich den nehmen? Ja toll, den kann ich diesmal nicht nehmen. Das ist ja nämlich praktisch. Boah, wie soll ich denn da hochkommen? Geht das so? Die kriege ich in eine Reihe. So, dann kommt der hier. Der ist schon wieder schwierig. Ja, der läuft zuerst vorbei. Und den kriege ich gar nicht. Muss ich da echt drüber laufen? Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft. Und stellt euch das mal vor, ohne Safe States. Das ist unmöglich. Wie habe ich das denn vorhin geschafft hier? Auf den bin ich irgendwie gekommen. Irgendwie auch den da hinten kommen. Aber wie? Das ist richtig schwierig. Wie bin ich da drauf gekommen? Irgendwie geht es. Aber wie? Und dann muss man auch noch den da hinten kriegen. Ich glaube, ich mache mal eine Pause. Also, ich mache das mal eben. Und dann bin ich sofort wieder da. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe es geschafft. Ich bin da durch. Aber der ist dann direkt in den nächsten Raum reingesprungen. Deswegen konnte ich jetzt erst hier wieder anfangen. Ich habe jetzt nicht. Also, es waren jetzt nur vielleicht noch eine Minute. Oder Minute 30 oder so. Aber das war schon anstrengend. Was? Also, diese Sprungpassagen, die mag ich langsam gar nicht mehr. Wie soll das denn gehen? Hä? Ich kann auch nicht noch schneller springen hier. Was ist denn hier noch irgendwas? Nee. Kann ich hier einfach hochlaufen irgendwie? Ich weiß ja nicht. Schau mal nicht. Hier ist es nicht. Wie soll ich das denn machen? Das ist dasselbe, ne? Es geht doch gar nicht schneller. Es ist doch instant weg, wenn ich da bin. Ich springe ja schon schnell. Aber das ist, das ist, boah. Was sind denn das jetzt für Rätsel hier? Ich glaube, es ist mir sogar mal drauf gekommen. Okay. Aber mit Springen war ich immer noch sehr, sehr weit weg. Wie soll das denn gehen? Ist da auch ein Schlüssel oder was? Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich muss es schon haben. Wie geht denn das? Hier ist aber auch nichts, ne? Ist irgendwas, was ich noch mitnehmen könnte? Nee. Muss. Ich bin da runtergefallen. Ich bin da wirklich runtergefallen. Und ich glaube nicht, dass ich gespeichert habe. Ich habe nicht gespeichert. Ist das ärgerlich. Es ist so richtig ärgerlich. Aber ich weiß, ich habe es anders gemacht. So irgendwie gerade. Ja, genau so habe ich es gemacht. Und da bin ich jetzt. Und jetzt speichere ich. Und ich wippe doch mal da hoch. Das gibt es doch nicht. Was sind denn das für Rätsel jetzt im Ernst? Man muss wahrscheinlich ganz... Ich weiß es nicht. Also das ist einfach... Das Teilen ist zu hart. Ich muss die Zeit anhalten oder so. Ich war ja jetzt schon fast sogar mal dran hier. Moment. Ich muss nur die Kante erwischen. Ah, guck mal. Ja. Und was ist da drin? Lebensenergie. Lebensenergie. Für Lebensenergie habe ich jetzt so viel... Also unfassbar. Also für Lebensenergie tue ich das normalerweise nicht. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich komme ja gar nicht mehr zurück. Ich muss nämlich jetzt da runter. Boah, ist das fies. Das ist so ultra fies. Das ist... Mega fies. Wo führen die ganzen Wege hier hin? Und das für Lebensenergie. Also man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, was das Spiel aus einem macht, wenn man es komplett ohne Save-State spielt. Auf den Mega Drive selber. Aber man würde jedes Mal jetzt hier runterfallen. Jedes Mal. Und hätte da dann bestimmt viel Spaß dran. Deswegen, also ich habe es nicht so oft wirklich komplett durchgespielt. Weil es einfach manchmal dann so super frustrierend wird. Super frustrierend. Ultra frustrierend. Monster frustrierend. Das ist alles für Lebensenergie. Lebensenergie ist wichtig, ja. Und ich möchte eigentlich auch gerne noch dieses dafür 900 haben. Aber ob es so wichtig ist, das weiß ich dann doch... Die Nerven sind doch eine Menge wert, die man da dabei verliert. Das ist auch schon nicht so schön, aber es geht gerade noch. Das kriegst du so mit dem Springen eigentlich noch ganz gut hin. Koordinationstechnisch. So, jetzt kommen wir endlich mal hier rein, durch diese Halle. Wo immer das jetzt hier hinführt, das ist ein Telefon. Ach, guck mal, wie noch mal da. Kann man speichern. Das ist sehr... Der spricht nicht so gern. Er fällt einfach um. Also man kann nicht speichern. Deshalb speichern. Deshalb mache ich hier jetzt auch ein Save-State. Einen richtigen. Schrein-Toten-Gräber. So, und dann. Und dann. Zelebrige ich mich mal hin. Ja. Muss ich da einen von kaputt machen? Ah, hallo? Ja, ist schön da, aber... Ich kann sie schieben. Ich kann noch gar nichts mit denen machen. Oder kann ich einen davon schieben? Das macht ja alles keinen Sinn. Aber, naja. Sinn machen manche Rätsel jetzt hier auch nicht mehr. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Hä? Es ist wichtig, auf welchen Teleporter ich da draufgehe. Ich bin ja vier Stück, theoretisch. Ich kann es mir ja richtig vorstellen, aber ich versuche es mal. So, das ist eins. Ne. Das wäre ja auch total sinnfrei, oder? Aber irgendwie muss man das Rätsel da lösen, ja? Ändert sich nichts. Hätte ich jetzt auch nicht wirklich erwartet. Muss ich vielleicht erst speichern bei dem Typen. Was jeder normale wahrscheinlich auch machen würde. Das ist das Heldenbo. Ich bin ein Held. Soll ich deine Daten festhalten? Und, das wär's. Das ist, es ist vorbei. Weitermachen? Ja. Viel Glück möge die Götin. Ja. Und jetzt? Sind wir immer noch hier. Statt zu der Gaia, nichts passiert. Normalerweise Rattel rüttelt die doch so. Ja, keine Ahnung. Einsteinen gilt ja auch nicht. Nicht einmal ein Einstein. Die Tür eine Illusion, oder kann man da vorbei? Wahrscheinlich auch nicht. Tja, gute Frage. Zeit geht die Tür auch nicht auf, ne? Die Reihenfolge hauen, wie sie da stehen. Ich hause ja noch nicht mal. Hab ich da irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Dann nochmal zurück. Hier gibt's keinen Weg. Und hier kommt man einfach nur rein. Das ist sehr seltsam. Hab ich da irgendwas noch nicht gemacht? Also links sind wir komplett fertig. Oder nicht? Moment, Schlüssel? Ne, wir haben auch keinen Schlüssel. Wir könnten auch nirgendwo hin, wo wir nicht vorhin noch nicht hingekonnt hätten. Da waren noch einige... Einige Bereiche, wo man noch nicht hinkonnte. Ja. Aber wie man da hinkommt, weiß ich jetzt auch nicht. Schau mal, kommen wir da auf jeden Fall nicht weiter. Ich muss nochmal schauen. Und springt drauf. Sehr gut. Kann ich jetzt kaputt machen? Ne, leider nicht. Gut, darum war ja nichts. Das ist ganz klar, dass da nichts war. Und hier kommt man einfach nur runter. Was wir dann einfach mal machen. So. Hier sind jetzt auch zwei. Die gehen einfach nicht weg. Da kommst du doch nicht dran vorbei. Komm schon. Und da kommst du hier rein und da kommst du da oben in der Tür. Aber auch nicht weiter, ne? So diese Tür hier. Das ist schon alles ein bisschen seltsam. Und auch selbst jetzt ist ja die Türe zu. Also was willst du da machen? Außer jetzt hier wieder verzweifeln. Wo kommt man denn da hin? Ach so, also nur hier wieder. Okay. Ne, das brauche ich nicht. Das kann man uns für uns sparen, ja? Was ist mit dieser Kiste hier aufsicht? Das heißt auch kein Mensch. Kann ich mit der Kiste hier runter? Ne, kann ich auch nicht. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Weil wofür, wofür brauche ich diese Kiste hier? Das verstehe ich irgendwie einfach nicht. Die Kiste macht keinen Sinn. Und den Sprung jetzt hier zu schaffen, oder was? Das ist vollkommen sinnlos, die Kiste. Tja, und hier geht es ja auch nicht wirklich irgendwo hin. Hm, da geht es sogar nicht irgendwo hin. Hm, jetzt habe ich wieder alle durch. Hier ist nichts passiert. Was war denn hier nochmal? Also hier war auch noch eine blöde Kiste. Mit Lebensenergie, glaube ich. Da kommst du wieder hier hin. Oh, ich glaube, da wäre es schon kaputt gewesen. Na gut. Jetzt können wir noch ein bisschen Goldfarmen. Andererseits ist auch nichts. Das schon. Das ging schnell. Okay. In dem Raum geht es ja auch nicht weiter, ne? Du kannst einfach nur raus. Und dann bist du hier. Verstehe ich irgendwie nicht. Muss ich hier einen von denen da wegkloppen, oder was? Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es ja nicht. Ich versuche ja alles. Ich weiß echt nicht, was wir da jetzt noch machen sollen. Das müsste ich nachgucken. Hier kann man ja auch nichts machen, ne? Keine Chance. Hier ist nichts. Der Typ macht auch nichts. Hier kann man ja auch nichts machen, oder wo das war es auch. Also ich speichere hier mal. Ich glaube, dann muss ich mal nachgucken. Weil ich wüsste jetzt echt nicht, wie es hier weitergeht. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier eine kleine Aufnahmepause. Ich muss einfach wirklich nachgucken, wo es ist. Und wenn ich es dann gleich weiß, wir sehen uns dann wieder. Bis gleich. Tschau.